Ich musste mich später darum kümmern. Willst du jetzt noch etwas zu fressen machen? Er war versetzt worden, um den Flakturm am Tiergarten zu kommunizieren. Am Tiergarten? Was bist du mit dem Tiergarten? Der hat das gesagt. Ich bin der wuren deutsche Jodler. Ja, schein geil! Okay, das ist für mich blind, das kann ich nicht. Jaaaaa! Also, soviel ich weiss, darfst du nicht sterben. Wie dunkel das hier ist. Oh, 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 Nazi! Warte, ich will ihn töten vorhin mit der Hand. Oder so. Das war meine Pistole, zum Glück habe ich die Loot losgegeben. Dort vorne kommt noch ein Panzer, der uns töte, wenn wir eine kleine Infektion. Schau mal. Oh, scheisse. Ja, da bin ich schon gekriegt. Jetzt hat man noch ihn weg. Gut, nein, hat einen Headshot bekommen. Ich habe es gerade gesehen, nur dass ich das Blut will. Einfach, wenn sie rufen, Achtung, Scharfschützen am Geschoss. Da treffe, wo bist du? In Deckung! Bist du mich verarschst, ich schiesse die ganze Zeit auf den Tank und er trifft mich? Wir werden in den Rücken! Sucht weiter! Er ist hier irgendwo. Kontakt! Ah, musst du nicht kommen. Ich habe mich genommen. Ich habe mich genommen. Ich habe viele Gegner. Nein, aber ich bin am Verblüten. Und du bist ja gerade tot, wenn der Panzer dich dahin gebackt hat. Und wenn er dich gerade sexuell misshandelt. Weisst du, ich habe ihn vorher voll auf den Panzer geschossen. Und er überlebt es einfach. LULF! Krieg dich! Nein! Komm da, ist der Hügel! Komm zu mir! Renn zum Auto! Jetzt gerade ins Haus. Ja, du schon. Ja, du auch. Nein, ich bin der Panzer zu stellen. Oh, du Bongo! Du kannst mich von da kehlen. Ich gehe, glaube ich, ins Haus. Goldrush. Goldrush. Das habe ich so Bad Company. Ich habe einen Snack gemacht. Die Urnutze. Scheiße, den siehst du von da gar nicht den Tag. Ja, ich bin ja. Warte, denk. Wege dem gehe ich nicht weiter runter. Wünscht mir viel Glück, Alex. Was? Das ist ein Haufen Scheiße. Ja. Dort oben ist ein Sniper. Ja, da kümmere ich mich. Ah, und da kümmere ich mich. Komm, da kommt der fucking Pass. Weisst du, Mann. Den Sniper gekillt hast du auch nicht gekillt. Ja, ich muss warten, bis mein Junkie den Atem mit dem... Einigermassen. Duft, duft. Ja. Also es ist jetzt... Der funktioniert ja draus. Mal schauen. Nein, das hat nicht funktioniert. Stiert jetzt. Oh, der wurde so nackt noch schon wieder drauf. Jetzt! Oh! Ding! Hehehe. Hehehe. So. Das sind Huren unauffällig, Simon. Da vorne hat es gerade noch mal ein Panzer. Ich werde dich finden. Komm, rausch die Augen auf. Schau, Schätze. Ja, er hat mich gemerkt. Er hat mich nur mal angefackt und ich bin schon an Bord. Bindet ihn! Er ist hier irgendwo. Sucht weiter! Weisst du, wie der Baum die Explosionskraft nicht aushalten? Sucht weiter! Haltet die Augen auf! Schau, da ist hier irgendwo. Er hat mich gerade nicht gesehen. Ich bin sehr... Sucht weiter! Er hat Feuer! Er hat Feuer! Bindet ihn! Sucht weiter! Oh, der Panzer... Haltet die Augen auf! Haltet die Augen auf! Ich habe nur noch das. Und ich vergesse mich jetzt so ganz bohren. Ich wollte dich da sein! Haltet die Augen auf! Haltet die Augen auf! Ich werde dich verbinden! Sucht weiter! Der Panzer... Ich kann ihn nicht beschiessen. Der Panzer fisstet mich. Du musst ihn von dort hinten fissten. Du siehst ihn? Das sind zwei Panzer! Ja! Ding! Ich meine aber der erste... Was? Zwei Panzer! Ist das der erste? Ich habe gemeint, es wäre zwei Jahre Zeit. Wer ist es? Haltet die Augen auf! Haltet die Augen auf! Haltet ein gegriffen! Haltet die Augen auf! Haltet die Augen auf! Haltet den! Haltet den! sure! Ich hab einen so stolz aus! Es ist ein Cheater! Du kommst nicht mehr weit! Komm Umdecken! Komm! Schaut euch um! Sucht weiter! Komm raus! Töte den Schassen! Du bist tot! Haltet die Augen auf! Haltet die Augen auf! Haltet die Augen auf! Ich bin nicht mehr mit dabei! Ich bin nicht mehr mit dabei! Haltet die Augen auf! Haltet die Augen auf! Ich bin kein Sniper, scheiße, zum Lich, aber... WTF? Ah, da einer ist ein Mucks. Da drüben ist man. Ich bin im Bunker in Berlin. Das ist ja knapp Berlin. Ja, aber ich bin im Bunker in Berlin. Schaut euch auf! Alex, random, Hitler ist im Bunker. Fahrt vorbei! Da drüben! Angriff! Feind da drüben! Deckung! Halt dich ab! Halt dich ab! Ich bin nicht ab! Ich bin nicht ab! Ich bin nicht ab! Ja, ich bin nicht ab! Warte! Und jetzt machst du das Wurzeln! Schaue! Ich bin nicht ab! Ich bin nicht ab! Ich bin nicht ab! Angriff! Und da hast du den Spastor. Ja, aber du siehst schon, ja. Du brauchst dafür auch wieder Munition von den Nazis. Wieso hast du da einen Faden sparen? Ich habe gar nichts sparen. Deine Mutter ist da. Mach jetzt mal. Ich bin da falsch. LOL! Ich kann ja nur... Alter, ich bin irgendwie weiter und irgendwie nicht. Komm zu mir. Du musst eher in meine Richtung, den Mann. Ja, eben, aber ich komme nicht zu dir. Warte auf anderen Spielen, steht da. Ja, weil du am falschen Ort bist, du Mann. Ich bin da. Ich bin da. Aber geil, da hat es Munition gebaut, die ich benötige. Nämlich... Frackronaten. Ich weiß, dass du da bist. Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Ist da jemand? Das ist der Mordrichter. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Wer ist da? Nicht dead. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Looooool. Boah, scheiss Cheater. Was zählt da mein Kollege? Boah, wie ich ihm einen fetten Heddy geben hab, Alter. Ja. So ein richtig fetter Heddy. Komm jetzt. Boah, der Wohr, Bobby. Der eine ist ein anderer, der auf mich schiesst. Nein, du musst nicht kommen. Das ist irgendwie Sniper-Money und alles Mögliche. Komm jetzt, der Kopf. Ja, ich brauche UC-Munition. Wie heisst das da? MP40-Money. Sorry. Das ist ein Braubedürfnis-Hahn. Ich frage mal, du bist extrem alt. Ich brauche etwas. Ich brauche das, um unsere deutschen Freunde zu eliminieren. Okay. So müssen sie die Schwulen killen. Ja, egal. Wir werden Gottes Haus noch eliminieren. Ja, das ist ja ziemlich eliminiert. Achtung, da drin hat es noch Quickscope. Quickscope mal da unter dem Bogen. Ah, deine Mutter, ich stecke nach Gaggi. Weisst du, ob ich den Quickscope war? Ja. Ah, den, den du gekillt hast. Geh mal hoch einfach. Ein Quickscope, der ein U-Zü kann. U-Zü, U-Zü. Ah, okay, da ist ein Quickscope. Wow, der ist durch den Balken geflogen. Ja, wir müssen doch alle Quickscope eliminieren, hast du gesagt. Da geht es gleich Quickscope an. Hier hochklettern, und da hochklettern. Und da hochklettern, und da hochklettern. Und da hinten. Und da hinten hast du Munitionen. Und da hochklettern, und da hochklettern. Und da hinten laufen. Und dann ist Quickscope. Nein, jetzt ist die Cutscene. Das ist eine Cutscene. Ah. Ich habe keine Zeit für den Probefahrt, weißt du, mit Sniper. Kommst du raus, Alex. Ich hab jetzt das Nazi gewöh. Das ist, glaube ich, der Springfield. Was ich jetzt habe? Nein. Ich habe jetzt das Nazi gewöh. Ah, du uren Nutzer. Boah, wie das Ding abgeht. Oh, der uren Nazi. Jetzt geht es auf die Fresse. Wo bist du da? Wir haben beide Wing Shots. Genau, gleich viel. Das ist ein Cutscene. Das ist ein Headshot. Und ein Headshot. Und ein... Ey, das lässt du mal gleich schön bleiben, der uren Nutzer. Ich habe ihn voll den Headshot. Oh, das ist noch mal das MG nach. Jetzt müssen wir mal eine Stufe runter. Ah. Nein, nein, nein. Überleben den deutschen Angriff. Komm. Nein, wir müssen runter. Wir müssen jetzt alle verdauen. Da unten kommen wir nachher. Ja, warte. Ich habe gerade müssen hier Nazi Munition aufnehmen. Das ist eigentlich ein Cutscene. Weisst, wie bei Duty Curls. Ah, da ist ein Panzer. Hallo, der Gerät. Ich werde dich kaputt machen. Hey, Opfer Deck. Alex. Wo bist du? Da auf der Stagang. Ich bin gerade voll bombardiert. Wo war's? Vor dem Fahrzeug. Was ist denn da? Ich bin jetzt gefisst. Ich bin jetzt gefisst. Was ist jetzt das G'si? Ist das... Bin ich jetzt das G'si oder du? Ich glaube schon, ja. Ich bin das G'si, ja. Alter, wo sind denn die G'si? Unfairkeit. Der rutscht voll über den Boden. Und dann ist das Unfairkeit. Ich bin jetzt gleich ein paar Stück. Da, du ... Hallo, sind denn da nur Nationalsozialisten? Da, wo ich bin. Ciao. Ich hab' vergesst. Jetzt kommen da der Gang gerade nach, ein paar Stücke. Nein, die habe ich schon weggezogen. Oh oh, da kommen ein paar Talibans. Ich sicher mag schnell da unseren Pfutzen an eingehen. Da, du H*** Nuttenzone. Boah, das ist ein schönes Spielwerk. Ja, ja. Hast du ihn sehr wohl auch mitgenommen? Nein, leider nicht. Ich gebe den Tipp. Tötet sie alle. Oh, das ist ein Doublehead-Shocks. Ja, aber übelst. Es sind trotzdem keine Sniper. Wir tun die ja nur so. Dahinten ist noch einer. Ah, da kommst du gegen mich. Da drüben! Feuer! Feuer! Hör, ich habe dort so solche Dings runtergetan. So eine Stolpermine. Das ist ein Headshot. Hör! 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 Hör, du eintest! Hör, du eintest! Töntet mich, das tönt mich. Hör! Hör! Hör, du eintest! F bullet bois! Ah, da unten sind wir uns. Ja genau. Die sind in den unmöglichsten Winkel. Weisst du, ich gehe jetzt einfach weiter ab. So. Die Wattertarn hier raus. Geht jetzt auf die Fresse. Weisst du, die treffen einen immer, aber du triffst ihn nicht. Sohne. Der ist schwer. Ach du, ich glaube, der da hinten wird jetzt eine Fresse. Ach du, das ist jetzt italisch-französisch. Achtung, geh weg, Granate. Ja. Ey du. Stylisch-französisch ist, dass ich die Hose. Jetzt nochmal stylisch-französisch ist, aber diesmal wichtig. Ja, geh durch. Zwei für ein Granate-Kill. Ja. Jetzt haben wir rausgegangen, und die ist Mission fertig. Warte, lass mich hoch. No. No. This is a cut. Oh, wie scharf schütze. Was solltest du mit deinem Profis-Dimer mit Quickscope-Difern? Wie behindert. Wieso habe ich mehr Punkte im Maus als du? Hä? Wieso habe ich immer mehr Punkte im Maus? Weil ich weniger Kills machen wie du.